Liebe Kundinnen, liebe Kunden der KELAG, ich wende mich heute an Sie, um Ihnen mitzuteilen, dass wir in dieser schwierigen Situation, in der wir uns alle befinden, unsere Aufgabe nicht nur ernst, sondern auch wahrnehmen. Die Versorgungssicherheit, unser höchstes Gut, wird aufrechterhalten. Das betrifft Strom, das betrifft Erdgas und das betrifft auch die Wärme. Seien Sie versichert, dass wir unsere Aufgabe sehr ernst nehmen und im Sinne unserer Kundenzufriedenheit auch in diesen schwierigen Zeiten umsetzen werden. Soziale Kontakte einzuschränken, das ist das Gebot der Stunde und das betrifft auch uns. Daher werden wir die Kundenkontakte reduzieren und zum Teil auch einschränken müssen. Das Kundenservice-Center wird geschlossen, Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, über elektronische Medien mit uns in Kontakt zu bleiben. Wir werden unsere Kantine für externe Besucher schließen müssen. Wir werden auch in weiterer Folge den Smart-Meter-Rollout reduzieren und auch einstellen, um auch hier kein Gefährdungspotenzial auszulösen. Wir wissen es mittlerweile auch schon von unseren Kunden, dass sie diese Besuche zum Teil auch nicht mehr wünschen. Wir richten uns danach, wir halten uns danach und ich darf Sie auch ersuchen, die sozialen Kontakte auf das absolute Minimum und der Einhaltung der Vorgaben der Politik einzuschränken. Das ist ein Weg, der uns ermöglicht, auch in Zukunft sicher miteinander umzugehen und dass wir diese schwierige Zeit auch durchtauchen. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie auch unserer Keller gewogen.